Wenn mich Menschen fragen, warum ich mich Freedom Photos nenne, dann gibt es für mich nur eine Antwort darauf. Die Fotografie ist meine Freiheit, die Dinge so zu zeigen, wie ich sie sehen kann. Ohne Zwang, einfach und unmittelbar. Aus diesem Grund bin ich Portraitfotograf aus Leidenschaft, mit der Vorliebe zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Denn gerade hier bilden unzählige Kontrast- und Helligkeitsnormen sowie ihre grafischen Beziehungen zueinander die zentrale Gestaltungsqualität der Aufnahmen. Durch die Reduktion auf Strukturen, Licht, Schatten und deren Abstraktion entsteht eine enorme Detailtiefe und Klarheit. Natürlich mag ich auch die Farbfotografie, wenn sie durch besondere Momente und Lichtverhältnisse entstanden ist. Allerdings ist die Wahrnehmung von Farben eine rein subjektive Empfindung und lenkt daher vom Wesentlichen ab. Ein Schwarz-Weiß-Bild zeigt den Menschen immer genau so, wie er ist. In seiner ganzen Schönheit.